Gemüsetheater war eine der beliebten Heimtheaterformen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Im Kreis der Familie und damals natürlich auch vor Freunden wurde mit Gemüsetheater gespielt. Mit Essen spielt man nicht. In diesem Fall machen wir eine kurze Ausnahme. Und so geht's. Gemüse mit Charakter einkaufen. In die Gemüseköpfe Löcher für Finger- oder Stäbe schnitzen. Gesichter mit Beeren, Chili und Zahnstocher feststecken oder direkt schneiden. Aus Geschirrtüchern und Servietten entstehen Kostüme. Und los geht's. Bühne frei. Willkommen in einem Zirkus Peperoni. Musik 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 Und jetzt Topf und jetzt Topf voll. Und auf den Kippen. Musik Musik Unter bitte. Jetzt Löwe. Hopp. Runter. Runter. Was drauf. Runter. Pieper. Musik Ich lebe nicht verloren. Ich lebe nicht verloren. Oh nein. Musik Und auf meine Augen gehen. Ich helfe. Musik Musik Zirkuspeperonis, jetzt zu Ende. Nach dem Theater kann man aus den Figuren ein leckeres Ofengemüse machen. Kleinschneiden und mit Salz, Öl und Gewürzen mischen. Auf einem Blech bei 180 Grad, 30 bis 45 Minuten im Ofen backen. Guten Appetit!